hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kanal update meinerseits nach langer langer zeit mal wieder ja heute habe ich nicht ganz so viel zu erzählen wie sonst aber doch schon so einige punkte und ich würde sagen wir fangen gleich mal an deswegen fangen wir jetzt gleich mal an also die nächsten folgen minecraft 1.7 oder nicht die nächsten sondern manche der nächsten minecraft 1.7 folgen werden zeitraffer kommen einfach weil die stimme so schlecht verpackt war das heißt das rauschen das war döller als ihr es je erlebt habt da war ich übersteuert wie ein stück scheiße und außerdem kommt mir das auch zugute da ich momentan etwas im stress bin und auch nicht ganz so viel zeit habe kann ich das einfach alles im zeitraffer machen und ein bisschen musik hinterpacken das geht für mich schneller und ist für euch auch schneller anzugucken es teilweise ein bisschen zu schnell dass man gar nicht weiß was genau hat er da jetzt gemacht aber das erkennt man doch schon recht in ordnung und apropos stress und wenig zeit ja super überleitung ich habe momentan viel schulstress und auch wegen meiner facharbeit ja eben schulstress allgemein und deswegen mache ich auch eben so manche videos jetzt in zeitraffer und es werden daher auch ein paar videos weniger kommen ich hoffe dafür habt ihr verständnis und mein stuhl hat gerade gequietscht ja genau ich hoffe dafür habt ihr verständnis und ja dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen und da hat mein stuhl schon wieder gequietscht im hintergrund sieht jetzt glaube ich noch ein gameplay von survival games wo ich verdammt verkackt habe aber das ist ja jetzt auch nicht so das problem hauptsache ihr habt irgendwas im hintergrund und ja dann würde ich jetzt einfach mal sagen das war's und danke für 46 abos die ich momentan habe wovon sowieso immer wieder zwei abgeben zwei wieder in zukommen zwei wieder abgehen verstehe ich manchmal nicht aber soll mir recht sein also momentan für meine 46 abos wenn ihr das video guckt die sowieso wieder abgegangen sein jedoch wünsche ich euch noch einen schönen einen schönen ja welchen tag haben wir heute einen schönen sonntag in dem das video hochkommt und ich liebe es auch gerade an einem sonntag auf genau wünsche ich euch noch einen wunderschönen sonntag und für die die schon ferien haben eine wunderschöne ferienzeit ich habe nur noch zwei tage schule und dann werde ich auch zu meinem faddy und dann geht es auch nach den niederlanden den niederlanden nicht warte die dann geht es ab nach den niederlanden ja so hört sich das gut an und dann ja für euch noch einen schönen tag schöne ferien schöne osterzeit genießt sie genießt die zeit und dann sehen wir uns beim nächsten mal adios und ciao ciao